Unsere guten Gründe für eine Lehre bei den Kibag. Hallo zusammen, ich bin Kevin. Ich mache eine Lehre als Recyclist und bin im zweiten Lehrjahr. Als Recyclist verarbeitest du die verschiedensten Materialien und Wertstoffe und recyceln. Wie zum Beispiel hier, Karton. Fett! Altmetall. Und allgemein gemischtes Abfall. Ich habe mich für eine Lehre bei den Kibag entschieden, weil es eine grosse und coole Bude ist, in der man arbeiten kann. Und nach der Lehre kannst du dich mega gut weiterentwickeln oder weiterbilden. So, jetzt haben wir gesehen, was wir machen. Auf was wartest du? Kommt zu uns!